Ihr wundert euch bestimmt, warum im Februar keine Ausgabe von Schlagerspaß mit Andi Borg ausgestrahlt wird, nachdem der Moderator und Sänger in den letzten Monaten so gute Quoten hatte. Im Dezember und Januar hatte die Sendung mehr Folgen als sonst. Das kam zustande, weil es in den letzten Monaten mehrere Sonderausgaben gab, zum Beispiel die Weihnachtssendung an Heiligabend sowie die 50. Ausgabe von Schlagerspaß mit Andi Borg. Die nächste Sendung wird erst am 11. März um 20.15 Uhr im SWR ausgestrahlt. Die Sendung läuft normalerweise einmal monatlich, aber im Februar wird sie pausiert. Mögliche Gründe hierfür wären, dass man die Zuschauer mit vielen Sendungen nicht befluten möchte und auch, dass der Andi Borg Pausen braucht, um seinen anderen Projekten nachzugehen. Die Gäste für März stehen aber schon fest. An diesem Abend dabei Stefanie Hertel und ihr Vater Eberhard, Gitti und Erika, Mitch Keller, Rainer Kisten, Amelie Rieker und viele mehr. Werdet ihr einschalten? Werdet ihr einschalten?